Okay, machen wir mal Spinnenweben weg. Jetzt haben wir ja eine Spinnensichel. Automatisch fällt der Baum um. Wer hätte das gedacht? Ich brauche den richtigen Schlüssel. Wann brauchst du nicht den richtigen Schlüssel, um irgendwas hinzukriegen? Zeig nicht, wir haben die Spinnensichel weggeschmissen. Warum? Warum tut er mir das an? Warum tut er mir das an? 100 pro können wir irgendwas machen und ich kriege es gerade nur nicht hin. Und dann... Und dann... Wir haben noch einen Fahnenmast, den wir nicht benutzen können. Hier war doch gerade eine Lupe da. Benutz deine Arme. Oh Gott. Ich finde ein Weg in den Unterscheiden. Ja, aber er kann seine Papierärmchen nicht benutzen. Oh Gott. Ja, dein treues Pferd hat dich noch neben Stich gelassen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Was ist das? Nein, was? Ehrlich, was ist das? Ein Totenfragment? Was will ich damit? Jetzt habe ich noch mehr Fragen über Fragen in meinem Kopf. Warte mal, verschiebt er damit den Holzbalken? Nein. Nein. Wo riecht er eigentlich Schwefel? Da? Da? Der Gestank von Schwefel. Okay. Ich kenne da so jemanden, der hat eine Schere weggeschmissen. Da hat eine Spinnensichel weggeschmissen. Und ich würde sagen, wir könnten das gebrauchen. Was denn da macht er doch gar nichts? Kann doch da gar nichts machen. Habe ich jetzt das Spiel verpackt? Das wäre nicht das erste Spiel, was ich verpacke. Hä? Warte mal, ehrlich? Kann der mich verarschen? So ein bisschen? Der Türklopfer hat Augen gekriegt. Wollte ich ihn noch mal kurz anmerken. Das Phänomenon ist related to the disappearance of the magic seed, which holds the key to reviving the goddess Flora, who keeps nature in balance. Seit wann benutzt er so oft seinen Detektor? Das ist schon mal jetzt neu. Äh, ja. Oh, fudge. Hatte. was peace be upon you friend of the kingdom i grant you entrance wow so ein baum muss man haben okay wir brauchen nicht zum glück haben in der laterne dabei ich will das aufheben haben da was runtergeschmissen dankeschön brauche noch zehn jahre okay die winde da fehlt noch was was ist das oder ist der helm wir gehen mal kurz sachen abgeben wie das da dann kriegt er sein helm wir kriegen seine rückgrat da fehlen einige teile du fehlst auch da repariert eine botwatz die ist lustig dann ein eine böses haben wir überlebt du steigst hier aus um dich herum ist nur wasser wieso bist du hier ausgestiegen artefakte des zaubers unter weissagung okay ich habe verstanden okay noch mehr aussparungen nein wir reißen per karte oh wir kriegen schon mal das erste teil hier ist auch noch was aber mach das nochmal irgendetwas was ich auf jeden fall jetzt gerade im moment noch nicht sehe egal wir gehen weiter so nimm mit was du kriegen kannst reflekte der gefallenen wahre zeichen von dienst und leben ich würde das messer an deiner stelle sehr wohl mitnehmen immer dieser ignorant mir würden sehr viele dinge einfach nur für dieses messer gebrauchen könnten oh nein wir haben es kaputt gemacht verbinde alle vierge die anzahl der verbindungen muss mit den punkten auf den vier ecken übereinstimmen wähle eins aus und ein leeres leuchtendes fällt um eine verbindung zu erstellen wege dürfen sich nicht kreuzen nur zwei verbindungen können die gleiche richtung anzeigen okay 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 ok 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 Das ist jetzt gerade das erste Minispiel, was ich überhaupt nicht raff. Was die von mir wollen. So ganz und gar nicht. Keine Ahnung, was die von mir gewollt haben. Ihr könnt mich gerne in den Kommentaren, könnt ihr mir das sehr gerne mal erklären. Ich habe es wirklich nicht gerafft, was die von mir wollten. Gehen wir mal auf Suche. Wir haben jetzt Zeit, ist ja nicht so, dass ich schon ewig und fünf Jahre an dem einen Minispiel hing. Für euch war es nur ein Zusammenschnitt. Ich glaube, das hier geht ein bisschen einfacher. Also, ich glaube, das ist schön. Okay, jetzt, jetzt, ne, da, ha, ich wollte schon sagen, hä, bin ich blind, bin einfach nur vorbeigeswitcht. Okay, wir sind im Unterschlupf, so wie es scheint. Oh je, ich habe so eine kleine, kleine, klitzekleine Befürchtung, dass wir gleich nicht mehr alleine sind. Und dann kriegen wir meistens einen auf den Hinterkopf. Oder fallen irgendwo runter. Eins von beidem. Da ist es. So, jetzt brauchen wir nur noch dieses eine Teil. Ach, da ist es doch. Oh, das da haben wir. Und das da haben wir auch. Mein Gott, ich werde wieder zeugslos. In meinem Traum letzte Nacht hatte ich eine Vision. Ein Kämpfer mit einem flammenden Schwert, ein Bild von Stolz und Leid zusammen, betrat den Lebensbaum. In diesem Traum verstand ich, dass der Zaubersamen der Schlüssel zu allem ist. Er darf die Göttin niemals erreichen, wenn wir die dunklen Zeiten verhindern wollen. Kurz bevor der Traum verblasste, betrat ein junger Mann, die Küste der Schreckensinsel, um sich um die seltsamen Risse zu kümmern. Er wurde von einer rätselhaften Figur begleitet, darin Identität ich nicht benennen konnte. Alles klar. Sind das Glühwürmchen? Na, das ist der Zaubersamen. Sieht aus wie der goldene Schnatz. Da fehlt ein Mechanismus. Es fehlt immer überall irgendwas. Na, wo bin ich? Bin hier. Jetzt können wir doch dieses komische Dings hier öffnen. Ein Zahnrad. Fehlt das hier zufällig? Sehr gut. Falsch. Bronzeschwan. Da kann ich jetzt auch recht wenig anfangen. Oh, jesses. Blau muss hier. Genau, ich muss das so. Dann landet blau hier, dann kann ich es umklappen. Dann klappe ich es wieder um. Dann landet blau hier. Verdammt, ich muss das gleich... Oh, Gott. Bei blau stimmt es ja. So, lila. Oh, nein. Da hat mir das ja alles wieder umgedreht. Also blau. Also blau. Blau. Dann lila. Lila. Dann rot. Okay, das hat funktioniert. Bäh. Der goldene Schnatz fliegt vor meiner Nase rum. Ich wusste, wir haben einen auf den Kopf gekriegt. Nein. Nein. Mit was? Mit einem Totem? Ich hätte dir den Totem über den Kopf gezogen. Er sieht immer noch aus wie der goldener Schnatz. Ah, wir können hier noch was machen. Ich muss mal kurz spiegeln. Sieht für mich nicht gerade aus, als könnten wir hier irgendwas machen. Hmm. Da unten war doch gerade eben noch was. Hier. Ja. 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 Was soll denn hier sein? Keine Ahnung. Er hat natürlich unsere Kugel wieder weggeschmissen. Unsere Zauberkugel. Ja. Ich piesack das Ding jetzt mit allem, was ich hab. Das war alles. Ja, ich weiß ja nicht mal, wo die... Nee, 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 nee. Die Prinzessin ist im Thronzall. Wow. Keine Ahnung. Ähm. Da komm ich nur allerdings nicht hin. Das ist das Problem. Und um...